Guten Abend miteinander. Bujui Hans-Pater. Heutiges Thema Inland und Ausland. Jetzt, wegen diesem «Ku-yu-yu-yu-yu-bu-kui-o-yu-yu» haben diese Ausländer rund um uns herum ihre freundene Findlichkeit aber gegen uns richten. Das war ja natürlich auch nicht die Idee. Der Marc Guo-yu-yu hat ja gesagt «Noussons en guerre» Wobei, bei den Franzosen wissen wir, aus dem letzten Krieg, die Säcke dann auch gerne wieder nach Hause. Die Deutschen lassen uns im Moment machen lassen, aber das weiss man noch nie. Wir waren ja lange früh und jünglich zu den Jugoslawen, und dann hat das plötzlich gekehrt. Die Österreicher waren schon frech in sich, in den Jungen von Kanzlern, der jeckte gering in die Höhe wie früher der Deutsche. Und die Italiener wollten von uns auch nichts mehr wissen. Aber um Ski zu fahren, sind wir nicht wieder gut genug, den Schwaben dafür ja auch Fresser und den Schwalben-Ketscher. Stemm-Bogen-Hosen-Skiesser, was es sind. Jetzt gehen wir ja noch im Inland. Da hat jetzt der Bundesrat beschlossen, nach den 7. am Abend, sollen wir alle ins Nest. Sogar die Weltchen. Und wenn wir brav sind, dürfen wir es dann der Weihnacht wieder schädeln lassen. Wobei, mit der Sterbe-Jayayata, die wir im Moment haben, gibt es dieses Jahr keine echte Weihnacht. Das ist mehr für euren Leichnam mit Geschenken. Fertig. 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 Fertig.